Wir warten auf Peter noch. Bleib mal stehen Deo, Deo bleibt da stehen. Deo bleibt da stehen. Deo bleibt da stehen, sonst jumpsaut er bei uns. Shot. Okay, go. Okay, gut. Gehen wir langsam vor. Ah, Deo! So, geht's vor. Die sind mir literally ins Gesicht geflogen. Endo hat gespottet. Los, los, los. Auf der T-Z, komm ich los. Nein, steht da. Na, na, na. Go plant, men.